So, willkommen zu der zweiten Folge Obscure 2. Witzig, zweite Folge Obscure 2. So, wir waren in der Suche nach Code. Können wir Amy nehmen? Amy wirkt mir ein bisschen integlenter. Nehmen wir Amy, die ist integlenter. Aber blumpt. Oh, das ist eine schwierige Sache, ne? Ne, ganz, ganz schwierige Sache. So ein einziger Raum, der mir jetzt noch einfielen würde. Aber dann ist es auch nur ein dummer Fake mit dieser scheiß Geldmaschine. Ich bin ja gesagt, mit den... Ohne Griff lässt der Schrank nicht öffnen. Bombs, 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 bombs. Geh weg. Ja, weg da. Ich verkloppt euch. Ich verkloppt euch sehr hart. Warte mal, 18... Boah. 18. Januar? Ne, das ist es nicht. Uh. Wirklich Geld hat eingehört. Sagt ja auch irgendwo eine Ecke, ne? What are all these engravings? They're hiding something. Untersuchen. What? 18... Genau, da haben wir es doch. 1873. 1873. Okay. Alter. Jetzt können wir noch nicht mehr speichern. Das ist totaler Mist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist totaler Mist. So. Aus dem Weg. Puppe? Was hat sich... 18? Ich muss jetzt mal gucken, wie es hier geht. 73, wa? Juhu! Komm her, mein Sweetie. Guck mal, als hätte sie es drauf, ne? Also werde ich... Das war die Munition schon später. Pistole, okay. Was geht denn ab, Alter? Das ist immer so... Die Geräusche sind manchmal so heftig, denkst du, warte, das ist hier zu Hause, Alter. Aber nein, das ist mitten im Spiel. Das hört sich einfach so heftig an. Fuck you! Verpiss dich, du fette Kuh! Ja, das ist nicht so. Oh, ich wollte dir ausreden lassen. Ich wurde gerade getötet, aber auch mal ein Mädchen. Oh, fuck! Das Herz schlägt immer noch da, das ist aber heftig. Hör mal auf damit, das ist gruselig, Alter. Kann ich das kaputt treten, oder so? Warte mal. Ich würde das Herz kaputt machen. Mädchen? Ja, das ist der Weg, ich habe Mädchen. Das ist mein sehr großartiges... Du musst nach unten schauen. Ich weiß nicht, Kenny. Würde du lieber hier stehen und sterben? Geh doch mal weg, Mädchen. Ja, May muss das aber nicht hecken, weil wir haben doch eigentlich den Schlüssel dafür jetzt. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Dürfte für May kein Problem sein. Schön, dass es für May kein Problem ist, aber wir haben doch einen Schlüttel. Was soll der Scheiß? Wofür habe ich denn den Schlüssel genommen? Ja, ja, ist ja gut. C, Zeug. Alter, das Herz, dass es da immer noch schlägt, das ist mehr als gruselig. Okay. Sollen wir da rein jetzt, oder was? Die hat wahrscheinlich hier die Hütte abgeschlossen. STRG. Objektenliste. Ach, komm. Ich will jetzt zwei Tritt bei. Nein! Ach, halt doch zur Schnauze jetzt. Objektenliste. Hör mal auf. Hör mal auf. Benutzen. Was ist denn? Oh, oh. Mit Spannung ist erwartet, was hier passiert. Wir gucken erst mal Amy beim Treppenunterlaufen an. Das macht sie sehr anmutig. Uh! Scheiße, ich wollte doch nur den Türsteher erlösen. Sieht ganz nett aus ohne Beine. Jetzt pisst der nirgends wo mal hin, der Pisser. Nehmen, leer. Oh! Motivation. Ja, nehmen wir mit. Was soll das? Soll das ein Witz sein? Okay. Ja, guck mal. Man kann auch anmutig gehen. Da wackelt sie mit dem Pursche. Deswegen spiele ich mit Amy. Oh! Oh! Warum verprügeln wir die? Nur weil die anders aussehen? Schauen, leer. Ach guck mal, einen haben wir ja davon. Warte mal. Kann ich gar nicht hoch und runter machen, wa? Gibt es hier keinen Schnellordner? Nee, kann ich nicht. Das ist ja blöd. Warte mal. Wie komme ich denn auf das Dings rauf? Objekten? Auf RStRG finde ich ja gut, aber irgendwie geht das hier nicht. Wir haben ja so einen Stickel. Ja, haben wir. Komm, steck ihn rein. Ach so, Schlüssel einlegen, leer. Steht doch drauf. Das ist mein Luftpost, der war ein Problem. Ah! Oh, schlitz. Nette Sau. Alter, was? Ich wette, das sind so die durchtrainierten Mädchen in der Schule. Ah, das ist getting worse. It's disgusting. They almost look like human beings. Okay. We really gotta get out of this place. Das sind so diese, diese, diese fetten, das sind jetzt diese durchtrainierten Mädchen in der Schule. Jetzt sind die alle fett. Jetzt haben die, da haben die Bodyshame. Hallo, wir haben 2022. Boah, geil, Alter. Die hat es wohl nicht mehr geschafft, sich zu Monta mutieren, zu mutieren, zu mutieren, zu motivieren. Komm, Kenny, mach mal. Kenny, mach mal. Hat er das jetzt genommen oder hat er das jetzt einfach gegessen? Nee, haben wir, haben wir drunter, haben wir Dings. Okay, wie sieht es aus bei, bei Dings? Alles klar, sehr gut. Ja, bei so'n Ding, so'n, so'n Monster, da gehst du ja nicht mit'n... Die holt wahrscheinlich auch waschbecken. Jetzt kann sie nicht mehr rauchen, jetzt ist sie, äh... Gut. Untersuchung. Okay. Rätsellösung. Ach, Kacke, muss ich das machen? Okay, das dürfte aber ziemlich easy-peasy gehen. Das krieg ich hin. Das ist was für... Kann man das drehen? Nee, ne? Denk ich eher weniger. Ja. Guck mal, hier füllt der Schnuffel hier oben. Ganz klar, der kommt hier hin. Und, puff. Okay. Keine Ahnung, was das soll. Die wiederhergestellten Dokumenten wurden in den Invertaren zugfühlt. Drücken Sie i, um sie anzuzeigen. Uhuhuhu. Okay, wo soll's sein? Ah, hier. Okay. Ich sehe etwas. Delta, Theta, Gamma. Seine Letze sind im griechischen Alphabet. Die Bräderheit benutzt sie, um sich selbst aus anderen Fraternitäten zu distinguieren. Oh, das ist eine stupide Idee. Oh, das ist eine stupide Idee. Nochmal ganz kurz, man könnte mal eben Objekte tatsächlich mal nehmen. Energy Drink. Danach soll's ja ein besser gehen, wa? Kann sie die jetzt nicht, äh, 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 nehmen? Wie mach ich das denn jetzt? Aber wie späpe ich denn hier hoch und runter dazu? Kann ich das mit der Maus machen? Auch nicht. Ah, doch, guck mal hier, mit der Maus. Okay. Hm. This makes me flop. Oh my God. They really had no chance at all. This makes me flop and hop. Du müsstest Meisterschlosser sein, um's aufzukriegen. Vielleicht kenn ich das ja. Was ist denn? Seid ich da? Boah, der ist selber fast so. Scheiße, der geht selber nicht besser, der Junge. Hä, wieso haben wir denn noch so'n Ding da? Warte mal. Laut dem haben wir hier noch so'n Schlüssel da am Start. Warte mal eben. Ich will mich verarschen. Snorri. Hier ist Nutzlos. Ja. Kann ich den entscheidend wohl nehmen? Okay, dann nimmt er den automatisch wieder mit, bis wir wahrscheinlich alle Schlüssel haben oder so. Das ist blöd natürlich, dass Amy jetzt unsere ganze Motivation verballert. Oh, ich hab Umschalt gedrückt. Okay. Was ist leer? Nehmen. Ach, guck mal. Heftig! Speicherraum, wär geil. Machen wir die Folge ein bisschen kürzer. Ich hab nämlich Probleme wieder mit meinem... ...mit meinem Schlechtfühl. Ja, mach mir ja schon. Keine Sorge. Sexualität der Frösche. Was bitte? Wem bitteschön interessiert das? Wir sind ja Bibliothek. 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 Oh nein, wir können diese Ficke hier hin und her schieben. Wir suchen erstmal Speicherraum. Das wäre nice, wenn wir das finden würden. Wobei... Gibt es hier Anzeichen dafür dann? Okay, wäre natürlich eine coole Sache. Was für... Mir wird schon... Mir wird schon langweilig, wenn ich das Bono sehe. Okay, hier ist... Guck mal hier. Na komm. Okay. Ah, geh weg! Okay. Also, offensichtlich steht die Kombination hier nicht. Erstmal vorerst. Wahrscheinlich zumindest nicht in diesem Raum. Wahrscheinlich werden wir den anderen Raum finden. Hier hochklettern ist ja irgendwie jetzt nicht möglich, ne? Was ist das hier? Warte. Hier sagt einfach mal nix... Ah! Ne. Andernmal. Natürlich, war ja klar. Wenn ich hier wieder reingehe, sind die Monster dann wieder da? Das wäre total abfuck, ne? Wenn die mehr wieder da wären. Ne. Dann sind die weg. Hier sind irgendwelche Dinge. Also müssen wir das Rätsel lösen, tatsächlich. Aber ich hätte gerne noch mal einen Speicherraum gehabt, ey. Wie assi. Büchengeräte. Mhm. Das ist richtig. Die Tür ist verschlossen, natürlich. Keiner von euch hat den Schlüssel irgendwie dabei gehabt, ne? Die Flügel. Das ist was wir an Sven's riechen. Was hat das das causiert? Bleib ruhig. Aber jeder hat ihn inhaltet, including uns. Du bist richtig. Dein Gesicht. Es... Es beginnt zu mutieren. Was? Riechst du, ich bin nur verrückt. Lass uns einfach raus. Okay. Äh, warum... Warum... Mal so ne Frage, ne? Warum gehen wir... ...nicht, äh, äh... ...den Traum rein, wo wir hergekommen sind und verschwinden übers Dach wieder? Er schließt sich mir so nicht. Ah, guck mal hier. Ah, guck mal. Der zweite Schlüssel. Was wir hier wohl finden werden, wa? Auf sowas müssen wir auch nochmal achten. Wahrscheinlich müssen wir erstmal alle drei haben, bevor ich... ...hier was... ...schrank lässt sich nicht öffnen. ...bevor wir hier... Oh Gott, wir brauchen ja keinen Strom. Ne, Strom ist scheiße, ne? Überbewertet. Bevor wir hier das Ding aufmachen können oder die alle benutzen können. Auf so einen Vitrinen muss man immer drauf achten, hier. Aufmachen, komm. Auf die Toe. Say Toe oder wo? Say more Toe. Warum gehen wir hier nicht hoch? Okay, dann bleibt uns nix anderes übrig, als dieses beschissene Rätsel zu machen. Fuck, Alter. Was ist mit dir denn los? Ich hätte gedacht, das wäre aus einer Vitrine gewesen. Was ist das hier? Warte. Aha, hier haben wir es doch. A, dein O und T. Er, der nach Perfektion strebt, erlangt Stärke. Chrochi, chrochi. Die eigene Stüsse mit dem Hinweis über Wind und den Brüdern müssen einen starken Willen haben. So, was sagte ich jetzt noch? A, O, T. Muss irgendwie eine Reihe sein oder was? Was haben wir hier? Halt deine Klappe jetzt, Mann. Aber ich nehme an, das muss denn in einer Reihe entstehen, oder? Aha. Geh mal weg. Ist das nicht korrekt? A, O, T. Attack on Titan. Aber die Frage ist, wo? Schieben wir es nach oben? Schieben wir es nach unten? Ach, halt die Schnauze. Soll es denn er sein oder was? Ich will das nicht. Okay. Um ihre Grenzen zu beschreiben. Perfektionsstärke werden sie leiten. Er, der nach Perfektion schreibt, er legt Stärke. Der eigene Erfolg ist der Schlüssel, mit dem jedes Hinweis überwindet werden muss. Unsere Brüder müssen einen starken Willen haben. Okay, aber, ähm, diesbezüglich, ja, okay, warte, leer, ne, ja. Äh, werden wir doch hier richtig am Start, oder nicht? Und wenn die Reihenfolge eben halt wichtig, ne, also wie die jetzt eben halt stehen müssen. Ich meine, dieses, man kann hier weiter Höhen stellen und so ein Scheiß, man muss nicht immer nach wo. Vielleicht sollte ich mal kurz auf Amy wechseln, vielleicht ist sie interessiert dann sowas. Eine Oase für, du habt, Intellektor, was? Nein? Nur wenn ein Gaming-Dings da wäre. Diese Bücher handeln von Geschichtenwissenschaften, verpiss dich, Digga. Ruhe für, ja, ja, okay. Vielleicht hat sie ja den Plan. Wenn sie sich das durchliest. Schade, ich dachte irgendwie, sagt Amy jetzt so, ja! Das ist der richtige Weg, das ist der Weg. Kann man eigentlich so auch speichern? Natürlich echt blöd, wenn man so nicht speichern kann, ja? Sogar Zeit noch dumm rumlaufen. Ich hab keinen Bock, das, ne, den PC jetzt 24 Stunden anzulassen. So, Reihen, wie, da, wie, da, wie, da. Jetzt ist das ja so, dass wir doch so ein Objekt haben. Wie kann ich das im Invertar nochmal öffnen, einmal schnell? Ähm, der da. Checkt mir doch mal. Guck mal, da haben wir es doch. A muss oben stehen und die O und T müssen unten stehen. Das fiel mir so gerade spontan ein. Kann sich das schieben, ey. Oder der Superman hier machen. Stell dich da richtig, Händiger. Sehr gut. Aha! Jetzt kommt diese Leiter raus. Das ist der von oben. Wir lassen der Frau den Vortritt. Weil sie scheint ein bisschen schlauer zu sein. Ich weiß auch gar nicht, was so ein Typ wie Candy of College macht. Warte. Einige Bilder von der Abschlussfeier. Oh, da brennt Lichter. Äh, warum auch nicht, ne? Mit einer Apokalypse muss es hier keinen Stromausfall geben. Beziehungsweise eine Apokalypse ist es ja so gar nicht. Das ist eine Schulpandemie. Schuleepidemie. Schuleepidemie. Ach, guck mal hier, der leere Glatzkopf. Ja, ja, ja. Warum müssen wir immer mit dem Auto gehen? Wir könnten es gehen. Und es war nicht so weit. Ich verstehe einfach nicht, dass ich deine Gefängnis mit dem Ding habe. Ja, 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 ja. Sie seien, dass sie eine gute Zeit gehabt haben. Vielleicht auch eine gute Zeit. Das ist nicht richtig. Ah, was sind diese Dinge? Korpsen? Bin ich immer noch zufrieden, oder was? Korin, wir gehen. Nein, wir müssen wissen, was passiert mit den anderen. Geh es zurück, das kann auch gut sein. Aber Bier ist am Start, das geht noch. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Und wo soll ich denn jetzt wissen, was er jetzt hat? Schön soll? Hä? Ich habe noch nicht so viel gesehen, warum wird mir das nicht anständig erklärt. Hä, warum wird das nicht anständig erklärt? Das finde ich doof, warte mal. Wieso wird der Hacking-Vorgang jetzt nicht anständig erklärt? Das hätte ich gerne mal gewusst. Was soll der Scheiß? Warte mal. Ja, meinetwegen. Kann man das mal erklären? Wie dumm ist das, bitte? Du sollst nach da oben. Achso. Hä, was soll das? Wird ja mal mehr. Hä? Was ist das von Hacking? Scheiß. Oh, verstehe ich nicht. Das hätte man ein bisschen besser erklären können, finde ich, jetzt mit den Hacking, ne? Und da sind ja eine Milliarde Zahlenkombinationen möglich. Was soll der Schatz? Alter. Ah ja, guck mal. Das Dach ist eingebrochen. Da sehe ich einen Speicherplatz, weißt du? Und da komme ich nicht hin. Ich glaube, ich bin irre. Und das mit dem Hacking-Vorgang, alter, was ist das für eine Kacke? Wir können hier nichts bleiben. Unsere Freunde sind drin und wir müssen sie rauskommen. Ich hätte das schon gerne mal gewusst, wie das mit den Hecken abläuft. Das verstehe ich nicht. Das Dach absäumen war keine gute Idee. Wahrscheinlich nicht, nee. So, erklär mir das mal. Der Campus kommt zu den Namen berühmter Personen. Ah! Ja, und wer ist denn so alles berühmt? Was soll ich mir denn da für ein Code ausdenken? Da gibt es ja... Scheiße. Wer könnte denn berühmt sein? Sieht da irgendwo was drauf? Gibt es hier irgendwo Tipps? Benutzen? Nein. Warte mal bitte. Ach, guck mal hier. Speicher. Oh, Gott sei Dank. Also. Das war's, Leute. Danke fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es hat Spaß gemacht. Wir sind auf Monster gestoßen. Und als nächstes müssen wir uns mit dem Code auseinandersetzen. Also bis dahin. Tschüss.